Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NEVER. Ich muss mich gleich voraus entschuldigen, ich habe schon gerade eben circa 10 Minuten, 15 Minuten gespielt, bis ich gemerkt habe, dass mein Mikro ausgeschaltet war und man deswegen keinen einzigen Sound hat. Es ist nichts Wichtiges passiert, muss ich gleich sagen, ich habe, kann ich gleich sagen, blöderweise, ich habe einen Fisch gekillt, deswegen haben wir jetzt anstatt, ich weiß nicht, 15 Muni vorher oder 12, 13 irgendwas, haben wir auf einmal nur noch eins, dann wollte ich noch gerne sagen, wir waren vorher, glaube ich, hier irgendwo und wir sind hier gespawnt, also sind einmal hier über die Brücke gelaufen, nichts Spezielles und jetzt hier, ich wollte, mein Plan ist immer noch in die Safe Zone hier reinzukommen und ja, dann werde ich das jetzt einmal mal machen, war? Jetzt ist halt schon ein blöden, klein wenig weitergelaufen, tut mir echt leid wegen diesem kleinen Scheiß-Fail, ich habe mir gerade echt gedacht, ja, ich habe mir gerade eben gedacht, meine Fresse, ey, ich habe kein Deutsch mehr. Ich habe mir eben gedacht, verdammt, Nico, bist du ein Vollmongo. Das Beste ist aber, weißt du, eigentlich war es ziemlich gut, dass das passiert ist, weil ich gemerkt habe, dass ich nichts geredet habe, denn erstens ist nichts passiert, oh, da hätte es, glaube ich, was gelandet. Ne, das sind Staubfetzen. Ähm, einerseits ist gut, denn, äh, Facebook ist aufgeploppt währenddessen. Ich dachte, da wäre jetzt was. Okay. Ähm, Facebook ist, äh, hat schön gepluppt, gepluppt und ich habe das nicht ausgemacht. Jetzt habe ich es natürlich weggemacht, logischerweise. Und, boah, ich habe voll Schiss da geradeaus langzugehen, in die Safe-Store. Ich bin bisher, das ist noch ein Vieh und ich habe nur noch ein einziges, ähm, einen einzigen Schuss. Nochmal, wir haben einen Ventar, wir haben auch übrigens was Kleines gefunden. Da steht 19. Verstehe ich jetzt nicht. Drop. Wir haben zwei von denen gefunden. Und die ist ohne Muni. Okay. Ja, wir haben wieder 19 Muni. Wunderbar. So was, so mög ich's, genau. Ja, klar, so mag ich's. Äh, und wir sind genau Strohstrax, Schnurstrax. Ups, Alter, ich kann heute echt nicht Deutsch, ne? Schnurstrax auf dem Weg in die Safe-Zone. Oh, da hinten ist einer, klar. Das ist, ist das einer oder das ist ein Busch? Das ist ein Busch. Ich schiebe hier schon Paras, geht gar nicht. Na, da wollte wohl jemand helfen, aber... Player Level increased, Level 3. 30 Minuten Survival Bonus Rewarded. Okay. Cool. Ach ja, genau. Ähm. Wir haben vorher, kurz vorher, im Charakter noch die Survival erhöht. Haben die Dinger durch... Ich glaub, ich kann die gleich nochmal durchlesen. Ähm. Warte mal, ich geh glaub ich hier mal kurz... Da, das können wir durchsuchen, das leuchtet zwischen hell. Ähm. Also die, das ganz obere, das mit den, mit den Guns, das erhöht als allererstes die Sniper Rifle, ähm... Ähm... Genauigkeit. Ähm... Man, 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 man. So. Jetzt. Character. Ähm, hier. Dass man den, dass man den Breath holden kann. Mit Alt. Dann hier, ähm, Stamina. Das werde ich jetzt übrigens leveln. Ähm, hier kannst du... Dann ist er... Dann... Ah! Weniger Streuung, genau. Gegenstände leise aufnehmen und blocken. Ja, danach muss man das hier so erhöhen, bis halt der Skill irgendwann bei 100% ist. Ah. So. Übrigens weiß ich nicht. Warte mal. Amo Capacity 30. Amo Type 9mm. Das sind 7,62. Das ist mal genommen. Was ist das da? Ach. Vor Kru... Ja, genau. Kruzer 14. Das ist für die Haze. Ich lese dir jetzt in Lead vorne, also nicht damit ihr euch wundert. Hier. HZ... HZ3. Lese ich aber mal Haze. Haze ist übrigens eine Droge. Das heißt, ähm... Ein Rauschmittel. Boah, das muss gerade voll weh getan. Er ist voll schön auf den Dingern gelaufen. Habe ich schön die Eier auseinandergezogen. So. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Ich merke es übrigens nicht. Dass unsere Stamina vielleicht besser ist. Für mich gerade das Wichtigste, dass wir Futter kriegen. Denn ich habe hier Bullshit, ganz viel Zeug, aber kein Futter. Und ich sehe unten rechts dieser Essensbalken, oder was das sein soll. Der ist ziemlich, ziemlich klein. Ich gucke mal gleich im Shop, ob irgendwie... Keine Ahnung. Verkaufe ich halt irgendwas und dann kaufen wir uns erstmal voll geil essen und trinken. Was war das? Ist irgendwas drüber... Äh, äh, Ding gelaufen. Okay. War wohl doch nix. Gut, wir sind jetzt gleich in der Safe Zone. Was, was mich jetzt noch beunruhigt ist, die Safe Zone wird... Five of six device repaired. Ich weiß jetzt nicht, was der da macht. Gängeschehen. Ah, wir können doch looten. Was blöde ist, ich weiß nicht, ob der tot ist. Oh, hol dein geiles Katana raus. Gut, wir sind gar nicht die, die verfolgt werden. Repair the anti-never device to secure the safe. Wo ist der? Was ist das? Was ist das da? Oh. Das ist natürlich jetzt peinlich. So, wieder da. Facebook war wohl doch noch offen. Das ist mir jetzt echt peinlich. Ja, da haben wir gerade echt jemand geschrieben. Ich habe keinen Bock, dass der auf mich angreift. Komm, Alter, wir geben dir, ey. Komm, Alter. Du kannst gar nix. Alter, das sind voll viele, ey. Gib dir. Du musst ja schon sagen, hier sind... Alter. Vielleicht zwei. Oh, Fernkämpfer. So, jetzt brauche ich erstmal... Irgendwas zum Heilen. Gib die Scheiße ab. Oh mein Gott, da ist noch einer. Renn! Alter, wie viele hier sind. Scheiße, das ist doch unfair. Alter, wie viele da auf einmal... Ja, mein Zeug! Aha. Alles in der Safe-Song. Wir laufen da so schnell wie möglich hin und holen den Scheiß zurück. Naja, bis ich wieder da bin, wird das alles gelootet werden. Na ja. Ah ja, das Spiel hat ein paar Hängerchen. Ich muss das Spiel jetzt neu starten. Und ich weiß nicht genau, welcher Server das war. Wunderbärchen! Ja, dann, bis gleich! So, Leute, ich habe es neu gestartet. Wir gehen in den Server zwei Panic Preacher. Nur damit ihr jetzt wisst, in welchem Server ich bin, falls ihr da auch mal reingehen wollt. Oder... Keine Ahnung! Ich weiß nicht, ich habe es mir, glaube ich, wirklich eher gemerkt... Äh, hingemacht. Ich habe es gemacht, damit ich merken kann, in welchem... So, aber wir sind im Grund, der ist im Grund, dass du wieder... Oder wir laufen. Erstmal runterstellen. Charakter. Ach stimmt, wir... Boah, ich brauche den, glaube ich, gar nicht einstellen. Wir verrecken ja eh die ganze Zeit. Also, es ist übrigens so, wir kriegen XP für den Account oder für den Player. Und wenn ich dauernd sterbe, könnt ihr euch denken, dann ist der Player da und presettet. Oh, ich muss sagen, es läuft gerade besser mit der Maus. So, wir sind hier. Wunderbar. Wollen wir mal gleich hier uns... umbringen. Sowas nenne ich Skill. Okay, also Leute, ihr habt es gesehen. Liege ich da unten? Ne. Aber ich stehe eigentlich schon ziemlich gut am Upgrade. Ich würde jetzt sagen, die Safe Zone ist nicht ganz sicher. So, wenn ich jetzt mal raten würde. Dezent. Repair the Anti-Never Device, the Security Safe Zone. One Device remaining. Gut. Biss nicht, was das Device ist. Und... Wir werden auch, glaube ich, auch gleich nicht mehr viel wissen. Was ist das Teleporten, ey? Mach dich weg, ey! Komm! Jetzt gar nichts. Aua. Boah, dieses... Mein Katana-Fort hat viel mehr gezogen. Komm, ab her. Ich will looten. Boah, ich ziehe mal echt nix, ne? Ich glaube, Schusswaffen sind hier mega wertvoll, einfach weil du dann kein Damage kassierst. Was blöde ist, unten haben wir nicht mehr... Äh, haben wir irgendwie so 5, 6 Viecher gesehen. Und ich weiß es nicht, wenn ich jetzt... Äh, ja. Geh mal runter. Na, komm. Wir spielen jetzt aber mal hier... Bodenkämpfer. Keine Ahnung. Da lag was. Small backpack. Ich hab halt keine Ahnung, wie ich den benutze. Items. Das Viech sieht nicht nett aus. Aua. Na, komm. Wir sind jetzt mal richtig naiv. Ich bin gleich auch tot. Hat nicht geklappt. So, wir sind wieder hier. Wir sind die Menschenfarben. Eindeutig. Also wenn ihr Never spielt, niemals auf Main-Menü drücken. Dann hängt sich das Spiel auf. Ich glaub, das haben wir jetzt... Verfahren. Ich sneak mich jetzt einmal durch. Bleaser, wir können... Hast mich nicht gesehen. weiterhaken. Nein. 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 Von wo? Von wo? Hau drauf, Junge! Hau drauf! Komm schon! Na, die schlechteste Idee ever, hier reinzugehen. Das ist jetzt irgendwie blöd. Ich glaube, wir müssen schwarz sein, damit wir richtig abgehen. Denn, nur schwarze haben die Mightiness in der Hose. Was? Aber, keine Ahnung. Wie soll ich jetzt hier überleben, Alter? Also hier, Safe Zone an der Attack, 0%. Hier, Safe Zone ist tot. Und ich habe auch noch dieses Dreckspäckchen. Gott. Gut. Wir müssen... Wo gucke ich denn lang? Map? Ich gucke da lang. Wir müssen hier rüber. Das ist ein netter Geselle, der hier Partyspieler spielt. Mit... Guck mal, hier bin ich gestorben. Ich glaube, bei dem braucht man irgendwie so eine spezielle Technik. Damit die ja nicht direkt im Stand wegficken. Nimm die Scheiße ab! Du lässt mich verdammt die Scheiße nochmal in Ruhe. Also man kann alle Scheiße mitnehmen, die die fallen lassen. Das war ein Crawler, würde ich jetzt sagen. Was ist das Päckchen jetzt noch? Da ist wieder einer. Lauf! So kann der da reinlaufen. Ich habe ihn getroffen. Okay, ich habe ihn wieder getroffen. Langsam kommen wir besser mit klar. So, haben wir mit? Zwölf schon. Oh, Junge. Ja, geil. Womöglich kann man da nichts machen, weil die safe zone nicht... nicht safe ist mehr. Das Päckchen will die auch nicht abliefern. Das ist jetzt ziemlich ungeil. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich machen soll. Safe zone on attack, safe zone on attack. Dann unclaimed shopping center, unclaimed hard, unclaimed easy. Ich weiß nicht, was das heißt denn da mit unclaimed? Ich glaube, claim ist erobert. Also, äh, besetzt. Unbesetzt dann womöglich. Was ist denn das da hinten? Das ist nicht gut angehört. Da bitte. Das ist weg nicht. Kann der mich sehen? Erstens sehen und zweitens treffen. Wow, wow. Oh, es sind zwei. Okay, ich merke, wir können nicht schlagen, während wir... Alter, Alter. Ich gebe hier schon mein Bestes, ne? So, aber... Da funzt echt nichts. Auch der... Auch die schwarze... Äh, äh... Auch die schwarze Farbe an unserem Körper hat nicht geholfen. Hm. Oh, was ist das? Geld. Geld gekriegt. Woher? Okay. Jetzt will ich mal was wissen, wenn wir verrecken, ob die Drops von uns, ob die auch liegen bleiben. Wir müssen ja wissen, wie man Treppen benutzt. Wenn doch, dann habe ich halt Unrecht. Ja gut, dann habe ich Unrecht. Ja. Oh, ich sehe nichts. Okay, wie ist das? Oh, weg mit dem. Irgendwas mit Sniper, irgendwas gesehen. Da ist noch... Blut von dem? Nee. Pick up Shrieka Tong. Ih. Irgendwas anderes. Oh, ich sehe, es wird dunkel. Hm. The safe zone has been compromised. Evacuate. Sein Leben regeneriert sich langsam. Zu langsam. Hier ist nichts. Und die Nacht ist ganz schön schnell. Gut, ich würde sagen, wir halten erst mal Ausschau. Hier ist ein... Da hinten ist ein Crawler. Wir müssen uns ziemlich, ziemlich gedeckt verhalten. Da ist nichts. Irgendwas, was wir looten können. Das wir nach etwas Loot aus. Pick up LMS... Äh... 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 Ein Päckchen? Willst du mich verarschen? Okay. Zu wem soll das? David has package to the blue trader in the museum. Trading outpost for reward. The package can be a stud in the global inventory. Later geht zu Vlad. Aber bringt nichts. Okay. Haben wir schon mal, sag ich mal, ne... Ne Mission, ne... Kleine... Blaues Museum... Ähm... Trading outpost. Und das ist... Na... Riverside outpost... Outpost... Post... Post... Keine Ahnung, was das ist. Museum, da. Museum outpost. Kann ich ja irgendwie... Ach, man kann das. Was blödes? Und keine Map. Ah doch, wir haben ne... Kleine Map. Okay. Würde ich sagen... Wir haben... Wir haben einen Wegpunkt... Äh... Wir haben uns einen Wegpunkt gesetzt. Dem wir folgen können. Würde ich sagen, dann tun wir das auch. Geben das Päckchen ab. Oh, was war denn das? Dachte, ich hätte irgendwas gesehen. Oh, da ist noch ein Päckchen. Da können wir noch was deliveren. Ich glaube, die Folge mache ich ein wenig länger, weil ich denke mal... Das ist ein Scherz. Alter. Alter, sind da viele. Überlebe ich nie. Das kann ich jetzt schon vergessen. Wenn ich mich sehen bin ich gefickt. Obwohl der nicht schlecht... Äh... Schlecht ist. Nein, der ist schon tot. Ja, Hammer. Ich hoffe gerade, dass die mich noch nicht gesehen haben. Ich hoffe gerade echt, dass die mich noch nicht gesehen haben. Ich glaube, so gut wegrennen kann man nicht. Ich hoffe gerade, dass die mich noch nicht gesehen haben. Ich habe volles Gefühl, dass hinten dran einer ist. Ich glaube, die Geräusche sind noch nicht so ausgefeilt. Die Geräusche kommen einfach von überall. Wenn mich einer sieht, dann renne ich. Weiß ich nicht, ob Rennen irgendwas bringt. Oh, scheiße. Guck weg. Guck weg! Warten jetzt hier einfach. Oh, dreht besser. Ich weiß nicht, ob die einen riechen können oder irgendwas hin. Alter. Alter, war das laut. Recht vortasten. Recht vortasten. Fick dir an, ich renne. Da lang. Ich hatte keiner gesehen. Ich hatte keiner gesehen. Hoffe ich. Nein, das ist niemand. Das zählt nicht. Geht's nicht lang. Bin ich aus da und aufladen wieder. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Dach irgendwann wieder runterkomme. Das ist ungeil. Da müssen wir wohl kämpfen. Ich glaube, dieser Spot ist nicht schlecht. Die können von allen Seiten getroffen werden. Wunderbar. Das ist sowas von gefickt. Ah, Mann. Das ist so mega schwer. Ich komme hier auch nicht raus. Ja, gut, Leute. Dann schade. Ich hoffe, als nächstes Mal überleben wir mit unserem Charakter ein klein wenig länger. 14 Enemies killed, 16 Geld. Ich denke mal, so gut war, dass es bis jetzt nicht. Okay. Also wir haben mehr Leben, wenn wir jetzt Level upen und kriegen noch Geld dazu oder sowas. Naja, cool. Ähm. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.